Hallo, ich bin Arik und ich mache hier in Schönenwirt bei der Salamander Naturgarten AG meine Ausbildung zum Gärtner. Ich zeige dir jetzt mal einen Einblick in meinen Alltag. Wir sind spezialisiert auf Schwimmteiche und auf Naturgärten. Dazu gehören Pflege und das Bauen oder jeweilige Sachen. Bei Salamander Naturgarten gefällt mir das Team sehr gut und ich finde es cool, dass wir schweizweit tätig sind. So sieht man viel von der Schweiz und mit dem GIA, den wir zur Verfügung gestellt bekommen, ist es auch kein Problem, mal am Morgen selber auf die Baustelle zu fahren. Ich habe zuerst ein Jahr FMS gemacht und das hat mir dann nicht mehr so zu gesagt. Ich habe den ganzen Tag nur drinnen sitzen und darum habe ich mir die Lehrer als Gärtner ausgesucht, weil ich es schön finde, draussen zu arbeiten und mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten macht mir auch viel Freude. Dadurch, dass unsere Berufsbildnerin wie eine zugewiesene Zeit nur für uns Lernende hat, können wir bei Fragen sie oder die anderen Lernenden ansprechen und wenn wir es anlegen haben, können wir am Ende der Woche in der Lernenden Sitzung die immer aufbringen und die werden meistens dann auch klären. Wenn du als Gärtner die Lehre machen willst, dann musst du gerne draussen arbeiten. Du solltest gut mit anderen arbeiten können und ein bisschen handwerkliches Geschick wäre sicher auch nicht schlecht. Willst du jetzt auch Gärtner werden? Dann bewirb dich jetzt und werde Teil von unserem tollen Team.